hallo liebe dead by daylight freunde und willkommen zurück zu einer neuen folge dead by daylight mit mir und der chrissy hallo was gerade gehört das ist der doktor das weißt du wenn er mit seinem stab darum rum funkelt kann man schon schon ausgehen das gibt keine gute runde aber ich bin ja gerade mit jemandem generator und sind relativ flott so bei dem habe ich glaube ich in meiner ganzen zeit ich auch mit marco sogar ist immer da entkommen ja das war auch zufall jetzt kommt ihr hierhin gelaufen jedoch nicht oder kriege ich diese eine ab weil ich bin 20 meter vom doktor entfernt und bekomme eine gezichte hat man denkt für eine reichweite weißt du das zu fällig ich bin jetzt hier an dieser hütte einem generator an der hütte wo auch die kenne ist also mussten sich echt fern halten von dem eine kenne ist nur um schreien ich sehe euch weg laufen davon jetzt kommt ja wieder in meine richtung gelockt immer zu mir kann ich kotzen weil ich kann euch sehen weil ich habe diesen park dabei wo eure augen angezeigt werden ich bin jetzt hier an einem ausgangstor ich auch ich bin hinter dir ich finde mal jemanden suchen muss oder so ich sehe die immer weiß also innerhalb war toll dankeschön innerhalb ich kaufe im umkreis von 40 oder so also bei stufe 2 der arme kerl ich habe die ganze zeit gejagt schafft aber irgendwie doch zu entkommen kommt kommt in unsere richtung verdammt nein bei mir ist er nicht schwein gehabt gerade ich war ziemlich dicht dran aber auch noch kein herz klar dass der aber entkommt die ganze zeit wundern mich man hört ihn immer schreien aber vielleicht jagt er denn ja auch nur ich habe fast mit einer der jagd nur jetzt habe ich mich gerade verraten zweimal verdammt er ist nicht verraten das generat auf hinein lassen oder mh 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 haken oh mies schrei nein aber keiner hing ne oh schuldig was für die denn hier das war ich ich sollte mir weg der kommt jetzt unsere richtung doch der eine wurde in unsere richtung gejagt ich bin dann ungern in der nähe als er hat zwei schon relativ weit ist nie in die wie sagt man auch dazu ich weiß nicht in den wahnsinn getriegt ja ja die sind ja nur um schreien die ganze zeit ja also die haben wahrscheinlich auch keine chance irgendwie mal zu beholen oder so ne hier ist ein generator sind beide machen die denn da kann doch nicht sein ich sehe die ganze zeit immer nur aufleuchten und schreien guck dir doch mal an das ist das die ganze zeit das soll ich noch mal mit mir da haben dann hat eine ganze also mich hat er doch gar nicht ich bin grad an einem generator das ganze hinten in der ecke ja und der eine lässt jetzt hat auch grad platzen lassen heran lassen heilig oh gott der ist die ganze zeit hier bei uns ich weiß nicht wie der das also er jagt nur oder was und schlägt nicht oder wie ja ja scheinbar irgendwas ist ja komisch weil wir haben den generator jetzt hier fast fertig oh nein das ist so wo das so wackelt also fähigkeitscheck oh man oh nein soll der auch noch mal platzen lassen oh wir waren fast fertig ach das ist doch scheiße das ist so scheiße bitte nicht hier rüber kommen jetzt zu mir ich bin am generator wir haben wir fast fertig jetzt jetzt bitte nicht nochmal so gut fertig noch ein generator du wie alt bist du mario ich bin fast fertig so ich begebe mich mal hier unten wobei das natürlich war zwar so an sich eine gute runde aber ich muss ja eigentlich noch welche vom haken runter holen wir sind jetzt ja im ausgang so und der eine öffnet es schon seltsame runde also es hing kein einziger hing ne oh oh kommt ich hab Herzklopfen ja ja er kommt hier ans Tor ist aber schlecht aber es ist fast auf Tor ist auf also es sind schon der eine ist sofort raus gerannt ok ich renne auch jetzt raus ich bin raus selbst einmal runde ne ja selbst einmal runde ey ich geh mal ganz cool raus haha ganz lässig raus gelaufen ich also ja ich habe ja ich glaube ich keine eins mal im spiel überhaupt gesehen ich habe ihn nicht getroffen ich habe ihn nicht getroffen ich habe ihn nicht getroffen ich bin auch nicht ich bin auch nicht der hat er nur 8.970 Punkte gemacht komisches spiel ja der hat auch gar keine perks gehabt ne habe ich glaube dann ich bin nicht